aufgepasst liebe zuschauerinnen es gibt was ganz tolles zu gewinnen und ja genau damit hat es zu tun aber nicht nur das es gibt nicht nur einen mega genialen preis hier vom moderhaus ronellen twitch wir machen noch eine von euch zum model was genau der preis ist das verrät andreas hallo grüß dich hallo ja wir verlosen ein passendes welches set was perfekt sitzt und dafür benötigen wir natürlich die person hier im haus richtig genau das heißt eine der zuschauerinnen gewinnt tatsächlich eine professionelle beratung natürlich zum thema unterwäsche wohlgemerkt und nicht nur dass die gute gewinnerin darf das ganze set wir bringen von einem set auch noch behalten genau das ist der plan und noch viel besser das ganze wird auch noch hier von uns begleitet mit der kamera wir dokumentieren das und ja als schönes andenken dann für die gewinnerin von wegen in ihrer neuen wäsche genau das ist genau der plan also wir verlosen ein wäsche set und das ist halt uns ganz wichtig dass die wäsche passt da bereit dann wahrscheinlich die frau haftner bei uns und das wird halt dokumentiert von dir natürlich außerhalb von der kabine nur und nicht während dem umziehen sondern vorher nachher dass man einfach eine person hat die gerne schöne wäsche trägt und da richten wir uns genau nach dem kunden wichtigste ist halt dass es passt weil ja schlecht sitzt eine wäsche ist halt was sehr unbequemes kriegt man vielleicht rückenschmerzen und das verhindern wir dadurch genau wer die videos von euch schon gesehen hat weiß bescheid frau hafen hat auch schon mehrmals erzählt wie wichtig es ist eben die passende die richtige unterwäsche zu finden weil die folgen glaube ich können die damen wahrscheinlich besser erklären als wir jetzt aber du hast vollkommen recht was ganz wichtig ist beim gewinnen die gewinnerin die teilnehmerin sollte schon bereit sein das ganze auch mit der kamera dokumentieren zu lassen aber auch von unserer stelle noch mal es geht hier nicht darum jemanden in ja ich sag mal zu zeigen wie sie es nicht gern hätte nein es geht wichtig an der dokumentation und die meinung dazu zur ganzen beratung und natürlich wollen natürlich auch schon mal dann das gewinnerset sehen logischerweise aber es geht hier nicht darum jemanden vorzuführen um gotteswillen ganz im gegenteil wir wollen ja dass die damen danach sich wohlfühlen und schön sind genau das ist ja genau es stimmt mir einfach dazu genau so das heißt diesmal machen wir es einfach ganz einfach die teilnehmerinnen die die lust haben da zu nehmen müssen einfach jetzt auf facebook gehen falls ihr nämlich auf youtube dieses video seht oder auf saaland fans in 1 einfach auf facebook gehen et saaland den beitrag suchen und einfach schauen was da die aufgaben sind die haben nämlich schön reingeschrieben ihr müsst einfach nur kommentieren und dann kommt ihr in den lostopf und vielleicht sehen wir dann eine von den zuschauern bald hier im der haus ronelfitsch in einem tollen tollen outfit genau ja dann kommt ja ja andreas ist schon überlegen er sucht schon die innerlich wahrscheinlich passend auf jetzt auch du weißt doch gar nicht wer gewinnen wird und ich glaube nicht verantwortlich und dann ja mit der gewinnerin wird dann termin abgesprochen wo alle können und wo man auch ein bisschen zeit hat weil es ja auch ganz wichtig ist nicht in fünf minuten so eine beratung zu machen sondern dass man es halt ganz individuell macht und es halt auch passt es soll ja wie gesagt was persönliches sein und etwas für länger und nicht einfach mal schnell schnell und ja ansonsten falls die da haben jetzt das gewinnspiel verpassen und erst nachher später des schämen und oder einfach mal so vorbeikommen wollen verrat doch ganz kurz wo kann man denn ansonsten bei euch vorbeikommen sich beraten lassen gerade hier zum thema unterrechte des us wir sind in mercek in der fußgängerzone haben einen eigenen parkplatz hinterm haus das ist die friedrichstraße 5 im navi eingeben und dann ist die wäsche und des us abteilung im ersten obergeschoss haben natürlich auch einen aufzug oder treppe je nachdem was man möchte und wir sind montag bis freitag von 9 bis 18 30 da und am samstag von 9 bis 16 und am ersten samstag im monat immer bis 18 uhr also andreas dann vielen dank auch vielen dank für das tolle gewinnspiel dass ihr hier bereitstellt und ich drücke jetzt ein teilnehmerin ganz fest daumen bis dann tschau